In diesem Video schauen wir hinter die Kulissen der manipulativen Verhaltensweisen von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich hoffe, dass der Content, den ich dir hier vermittle, auch, ja, vielleicht sogar der tiefgreifendste Content zum Thema Manipulation ist, welchen du auf YouTube bis jetzt gesehen hast. Aber bevor es losgeht und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, müssen wir eine Sache unbedingt klarstellen. Nämlich, ja, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung manipulieren tatsächlich und ja, das tun sie mitunter sogar sehr, sehr umfangreich.